Hallo, ist Düsseldrichen hier. Okay, Leute, was ganz doof ist. Ich hab vergessen zu speichern, also richtig zu speichern, Safestate, whatever. Ich mach immer ein Safestate, nachdem ich aufgenommen hab. Und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendwas davon, ob ich jetzt schon irgendwas hier im Wassertempel gemacht habe oder nicht. Ich weiß nicht, ob das irgendwas gespeichert hat oder nicht. Es tut mir leid. Es war nicht mit Absicht. Ich bin dumm, ich weiß es. Ich bin richtig dumm, strunzdumm, doof, bescheuert, bekackt, beschissen, whatever. Aber, ja, ihr wisst ja. Ja, okay, also, würde ich sagen, dem Umständen entsprechen würden wir wohl erstmal... Ich glaub, hier war's, ne? Ach Gott, das ist auch schon wieder fünf Tage her. Ich könnte mir jetzt mal einer reinbeißen, wenn sowas passiert. Naja, auf jeden Fall versuchen wir jetzt hier was zu machen. Das war doch hier, oder, 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 oder. Link! Juhu! Oh! Oh, Mann! Oh, Mann! Ha, 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 ha! Okay, das war der falsche Raum, ne? Ja, okay, das war der falsche Raum, okay. Das war der Raum, den ich nicht verstanden habe. Und spring! Oh Gott, Link, Link, du machst mir echt manchmal Angst. Okay, Leute, Wassertempel, Wassertempel, Link, blaue Rüstung, fette Stiefel, whatever. Wir haben hier trotzdem lieb! Okay. Ich nehme einfach mal ein Vermutung, just for fun. Ich muss hier irgendwo unten rein. Was, wer, wer, wann, das war, haben wir ja Prinzessin Ruto wieder gesehen. Die ist ziemlich gewachsen. Ihr Vorbau, ich glaube nicht so arg, aber... Ja. Kommt mal ganz tief. Yeeeey. Okay, das war das Fatsch. Dursel. Nein, Dursel. Ja. Das nervt mit dem dauernden Umrüsten. Dafür müsste es echt so eine Taste geben, nur eine. So eine Juristautomotisch alles unterstimmen. Ja. Ich bin voll cool. Ich bin einer Juristautomotisch alles unterstimmen. Ja. Ja, egal. Ähm. Nein, da auch nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, ob ich hin muss. Das ist ein bisschen doof, ne? Ach, guck mal, ich endlich halte. Aber wir waren trotzdem irgendwo... Ich weiß nur nicht, wo. Okay, komm, komm mal, Link. Okay, da war es nicht. Was da? Da war ich doch gerade, oder? Hä? Oh mein Gott, du bist ein verwirrt. Link taucht runter. Link taucht runter. Link taucht runter. Link taucht runter. Das war doch das, wo wir gerade waren, oder? Ja, das ist das zu gesperrte. Okay, da können wir nicht hin. Eins weiter. Guck mal, wie... So Zeitlubu so... Yeah. 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 Und hier waren wir auch gerade drin, oder? Das war doch der Raum von gerade eben, oder? Ah, nein, okay. Das war er nicht. Okay, hier waren wir genau. Hier waren wir irgendwo. Okay. Haben wir die Karte schon? Scheint nicht, ne? Ah, genau, hier. Okay. Ah, genau, das konnte wir noch nicht aufmachen. Stimmt, ja. Und dann wollten wir hier hoch. Okay, ich weiß wieder, wo ich bin. Okay, Leute, ich weiß wieder, wo ich bin. Genau, wir waren letztes Mal hier vor dem Ding hier stehen geblieben. Okay, lesen. Hier, so auf den Kortus, die ist öffnig. Schütteln. Nein. Yay, ich hab's ihn gekriegt. Okay. Ich bin du, Hoseleitchen. Das war mal Wasser. Okay. Das geht noch nicht. Ah, ich dachte, das tut jetzt weh. Tut es nicht weh. Ah, ah. Yay, yay, yay. Okay, ich hab's da scheinbar. Okay, ich hab kein Nerf dafür. Nicht wirklich. So, ähm. Ja. So, mach mal. Feuer, gib mir Feuer oder sowas. Wie derart. Schwing. Türöffel. Ich will's gar nicht wissen. Nein, ich will's gar nicht wissen. Was ist das? Ähm. Stachelstein, zieh mir Distanz, wo wir in den Hammestell aus. Okay. Ach, da ist ja noch ein Vieh. Sehr nett. Ich glaub, das ist grad wichtig. Oh, da ist ja... Ach Gott. Spiegelhorn-Schwert ist schon was Tolles. Ich kann das Vieh one-hit legen, wenn ich's treffen würde. Scheiße. Wenn. Ah! Ah! Geh weg, geh weg. Geh weg, 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 weg, wag, weg, 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 weg. Das mag ich bei mir. Hipfen im Kreis. Okay, wir kriegen Bomben, wir kriegen eine Schatztruhe. Eine große Schatztruhe. Boah. Ja. Ah ja. Was mag das sein? Keine Ahnung. Aber Navi, es interessiert mich nicht, was das ist. So. Und was haben wir drin? Die Karte? 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 Was? Nee, nee, das ist jetzt aber uncool. Okay, Kampas, der hebt ja mal nicht viel ohne die Karte. Ach Gott. Vielleicht? Bitte, 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 nein. Ja. 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 Ja, ja, gib mir die Truhe. Krieg ich jetzt bitte die Karte? Karte! Karte! Karte? Wart mal. Ach, egal. Man hat keine Karte. Ist mir. Ist mir, Latte. Yay! Guckt mal, jetzt kann ich hier unten rumlaufen. Yay! Yay! Was kann ich auch hier rein? Was das auch immer sein mag. Was ist das? Äh, ich... Ähm... Oh, okay. Oh, hups. So rum. Okay. Da hoch. Dafür muss ich nicht mehr lange lesen. Das ist eindeutig, wenn da so hohe Zeichen ist. Oh, die Daten wohl spielen. So, aber was passiert, wenn ich das mache? Ah! Okay. Das ist jetzt mittlerer Wasserstand, ne? Ja. Ich hab keine Ahnung von diesem Teppel, Leute. Also ich würde mich auch nicht zurecht und... Keine Ahnung. Oh, das sah gerade so schön aus. Guckt mal, ist das nicht schön? Da. Oh, das ist geil. Ah, genau. Kann ich was... Ne, da war ja vorher auch schon... Kein Wasser mehr drin. Das bringt mir auch nichts. Okay. Okay. Aber gut zu wissen, wo ich gerade bin. Yay! Unseren Witzel gehen hier oben können und nicht gehen. Ich weiß nicht, warum ich gerade an dieses Lied denke. Ihr braucht mich gar nicht fragen. Oh, nein! Wer hätte das gedacht, dass das passiert? Okay. Ja. Ja. Oh, Leute, ich... Ich mache einen kurzen Schnitt, ja? Bis gleich! Bye-bye! 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 Bye-bye!